BITTE! BITTE! JA MANN! DU BIST D' GEINSTE GAME! Hey Leute, hier ist der Robner und da bin ich von Two Epic Buddies und heute gibt es ein neues Case Opening Und ja, es werden wieder Shadow Cases geöffnet, 20 Stück insgesamt Und ich würde sagen, ich beginne einfach mal gleich mit den ersten 5, oder? Genau, wir hoffen natürlich, dass wir heute immer wieder ein bisschen Glück haben und was cooles ziehen Ich habe richtig Bock drauf, mal wieder eine geile Waffe zu ziehen Und ich würde sagen, du startest jetzt gleich mal damit und holst die ersten geilen Skins raus Das war ein Blauskin! Das war einfach ein Blauskin, der coole Skin, wenn du gesagt hast, ja, ich hole die coole Skins raus Alles klar, können wir uns gleich noch ein Blauskin, oder? Ja, gönn dir Nee, ich würde mir keinen Blauskin gönnen, gönn dir ein rotes Gönnen Ich gönn mir schon den zweiten! Warum nicht gleich noch den dritten hinterher, oder? Probieren wir den dritten auch noch zu bekommen Komm, heute geh Du musst dran denken, dass du was gutes ziehst Heute gehen wir auf eine 10er Blauskin Ich sag's euch, da ist die dritte! Da ist die dritte Blau! Der Blau hat einfach die negative Einstellung im Start Ja, die muss auch immer sein Jetzt kommt der vierte Blauskin Ich sag's euch! Safe-Crawl Blauskin Da, ich hab's gesagt! Ich, hundertprozentig richtig sag ich heute alles Ich würd sagen, jetzt gönn wir uns den fünften Skin Der wird Augenblauer Skin sein Komm, ich bin den blauen Skin Da ist er, danke! Ich schrei Perfekt! Pfeffer! Pfeffer-Blau-Sock anfang Und wir sagen Ich mach gleich weiter damit Geben, du bist so'n cooler Typ Du bist überhaupt kein Wurin Sondern ich reib extra die Glock 18 Ich weiß gar nicht, wie man den Scheiß ausspricht Aber die Waffe ist so geil Und du gibst sie jetzt Okay, du gibst mir jetzt einfach den geilen Blauskin Weil du kannst mir kein Knife geben Oh! Guck dir das an, mein Ich glaub heute ist einfach ein Predict-Day-Mann Die Glock 18, da kommt sie euch geben Danke dafür, Mann! Ja, Mann! Ich könnte jetzt so geil ausrasten Weil... Die ist so geil, die Waffe Ich hab' die muss ich gleich mal reinpacken Mach' ich später nach dem Video Schöner Blauskin, oder? Geil, Mann! So, und jetzt die Mac-10-Rengine bitte geben Gib sie mir einfach To as, Mann! Mach einfach mal was, was ich sage, gell? Bitte Komm! Okay Autoshotgun auch geil, ja? Geil Was darfst du denn? Fresh, Mann! Die muss ich direkt reinmachen Guck Direkt replace ich die, Mann, Game Du bist so geil! Du brauchst mir kein Knife-Game Kein Rot-Game Gib mir was Blau ist Jetzt vielleicht die Farmers da Diese Survival-Sea Ist auch richtig geil Oh, die Tour-Barette Die kann man sich auch, gell? Oh, Mann! Am besten Ich geh öfter das vierte Case Nochmal Blauskin Mann, bist du halt gut drauf Du gießt mir alles, was ich will Nochmal die Tour-Barette sind Einen vor der Frontside-Misky Geil! Ähm... Ist, ist stark, oder? Ja? Hast du deine fünf? Ja, ich hol grad den fünften noch raus Bitte jetzt... Vielleicht die Autosnipe Ist auch... Fast! Jetzt bekomme ich die Mac-Ten-Rangeet Ey! Er macht alles, was man will Einfach guckt Also geht das ein netter Mensch Und ich würde sagen, du machst weiter, oder? Genau! Und ich politik dir jetzt das Knife Ich schweiß euch, das wird das Knife Ich sag's einfach nicht Komm, gib mir das Knife Geh es mir Okay, es war ein Blauskin Ist knapp... Knapp vorbei Ist fast ein Knife Die Farmers Fast ein Knife Schöner Blauskin Ja, dann gönnen wir uns halt noch einen Blauskin, oder? Ja, gönnt ihr auf jeden Fall Dann gönnen wir uns den nächsten Autosniper Verteilaune Siebter Blauskin Geil! Alles klar Geil! Warum nicht noch einen? Komm, ein Blauskin geht noch Bitte? Wird wieder ein Blauskin Der achte Blauskin Alles klar? Ist geil Einer ist doch noch drin, oder? Mindestens Komm, gib mir noch einen Jetzt kommt der wunderschönste Blauskin Ich sag dem Kobold Nee, nee, es ist die Shotgun Neun Blauskins Ich sag 10 Mal Blau und es kommt 10 Mal Blau Ja! Perfekt! So will ich das haben Das ist geil Da, und jetzt gönnen wir uns den 10. Blauskin Beim nächsten Case Opening Nehmen wir einfach ein Feuerzeug und ein bisschen Geld Wir verbrennen das Ja! Zehlt der Blauskin Geil! Du hast auch 5, oder? Ja, ich hab auch 5, Leute Ja, geil, dann haben wir schon 15 Wenn das nicht die krasseste Folge ist, die es gibt Ich mein, geben, er macht einfach alles, was man will Und... Und... Ja! Bitte geben Mach weiter, wo du aufgehört hast Gib uns Blau Geil! Ja, McTenrich Ist... Ey... Ich geh glaube ich gleich Nee... Du bist so ein Hurensohn einfach Ist einfach ein Hurensohn, okay? So, jetzt gib mir einen roten Scan oder einen live, okay? Vielleicht muss man schreiben Ich hab so jetzt durchkommt Was ist das Game? Wobei... Oh! Es bleibt stehen! Bitte! Ja, Mann! Du bist der geilste Game! Rootskin, USPS, Kill Confirm, Mann! Oh, fuck! Was ist los mit Game? Ich zähl's immer blau, du... Ja! Ja, Mann! Ja! Huh! Game, du bist geil! Fuck that! Ich... Well won, du kleiner Hurensohn! Aber jetzt ein Rootskin, okay? Wie viel ist der Wert? Ich... Warte, ich guck gleich nicht, ob du die Rechte hälst... Wahrscheinlich noch 40... Meine Pumpe geht grad so hart! Fuck! Ey, mit dem hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet! Fuck that! Das war da los! Ich guck jetzt kurz, was das Ding wert ist! Ich wette nicht viel! Oh Gott, Mann! Haupt, noch was sagst du dazu? Boah! Mal machen! Muss man aber nicht! Muss man aber nicht! Oh! Oh Gott! So, geben! Jetzt... Ich... Ich... Ich treib das Knife! Du gibst mir jetzt das Knife, okay? Bitte! Tu es! Ja gut, die Glock 18 ist auch... Top! Ist top! Ich zieh jetzt mal gleichzeitig mit dir was! Vielleicht kommt bei mir was Gutes, oder? Es ist gut! 3... 2... 1... Go! So! So! Geben! Du bist... Der Beste! Du gibst mir jetzt einen coolen Skin! Der 11. Blauskin! Der 11. Blauskin! Ey, warte! Ich hole mir noch einen 12. Oder? Warum nicht? Gönn wir uns noch einen 12. Heute! Gönn dir einen 12. Warte! Da ist der 12. Blauskin! Da ist der 12. Das ist echt belastend! Ich gönn mir noch einen 13. Was für eine Kiste öffnen wir? Gönn wir uns! Komm! Gönn wir uns! Komm! Komm! Der nächste Blauskin! Da ist der Nächste! Da ist der Nächste! Da ist der Nächste, Mann! Da ist er! Unglaubliche 13 von 13 blauen Skins, Mann! Fick dich, Mann! 13 Blauskins, ist das in dein Ernst? Nicht ein Lila-Skin oder so? Nee! Ergibt mir 13 Blaue! Ergibt mir 13 Blaue! Lächerlich! 13! Ja! Das ist eigentlich eine Unglückszahl! Juck dir nicht! Ich will mich verfluchen! Ich weiß! Ich peile gerade! Heute ist kein guter Tag! Ich peile mein Leben echt nicht mehr! Fuck! Was war das für eine krasse Folge? Ja! Muss ich auch sagen! 13 Blauskins! Es war echt krass, die Folge! Ja! Ohne Witz! Ich habe aber auch nochmal Blau gezogen! 13 Blau! Hat mir gefallen! Leute! Lasst auf jeden Fall Mitleid... Mitleid... Habe ich jetzt richtig gesagt? Ich hoffe schon! Like für Hobna da! 13 Blau! Schreibt es ein paar Mal in die Kommentare rein! 13... 13 Blauskins! Alles klar! 13! 13 Blau! 13 Blau! Ah ja! Und wie fühlst du es dann? Beste! Beste Leben! 13 Blauskins! Ich werde zum Millionär damit! Oh shit! Beste! Beste! In 50 Jahren sind die eine Million alle wert! Ja! Nicht! Ja! Na ja Leute! Ich würde sagen! Like button! 13 Blau! Ich würde sagen! 13 Blau! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 13 Blau! Bis zum nächsten Mal! Junge! Junge! 哪裡! Junge! 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 Vielen Dank.